Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Isardragensang Philiassons Geheimnis steht an und den haben wir mit Lolle gefunden. Sein Geheimnis noch nicht so ganz oder das hier ist es. Auf jeden Fall geben wir jetzt mal ein paar Skarapäen zerlegen. Kommt das besser ist als das Gewandheit. Jetzt ist halt 21 Finger Fertigkeit. Mal gucken, was das hier so wird. Oh, niedlich. Haut vielleicht erstmal normal drauf. Mal gucken, was die so aushalten. Na, geht so. Kannst du hier mal ein bisschen mithelfen? So, die Wände schon mal platt. Schittien. Heute wird leider nix. Versuchen kann man es nicht mehr. Okay. Erstes Skarapäos erledigt. Weiter geht es hier. Vielleicht setzen wir noch ein bisschen mehr hier gerade ein. Bisschen was an Sonderfähigkeiten. So, wie ist denn der Meisterschütze? Die können wir nicht auswählen. Oh ja. Das läuft dann ja tatsächlich. So, ja. Wie gesagt, ein bisschen was halten sie aus, die Viecher. Aber die kriegen ja auch endlich mal wieder XP hier für Viechers. So, hier die beiden Torwaller. Obwohl, wie gesagt, Ardor ist ja auch Torwaller. Dann, äh, die kommen, glaube ich, ganz gut miteinander zurecht. Das ist schön. So, und einer, der halt noch nix abgekriegt hat. Du kannst, ähm... Hat schon kurz überlegt. Du kannst hier unten noch ein bisschen mithelfen. Ja, und ihr haut einfach jetzt mal drauf, was da ist. Ist schön. Damit wäre das platt. Du kannst dein Falkenauge wieder... Ein wenig nachrüsten. Hm. Hm. Ah, komm, gehen wir gerade hier rüber. Hm. Kannst du hier vielleicht mal anlocken? Jawohl. Ja. Dann schnell regenerieren. Danke. Und weiter geht's. Sanyasa! Snipen wir sie mal weg. Okay. Das hat es nicht ganz gerecht. Aber... Ein bisschen was erwartet. Na gut, ich glaube, wenn der eh allein ist, dann kommen wir da oben noch ein paar... Gehen wir oben noch ein paar platt. Ja, das war's. Sehr gut. Dann kommt ihr da oben mal dran. Bündelten Angriff machen. Eine Truhe, wie schön. So, sehr gut. Was habt ihr hier gelagert? Oh, Goldmünze und Kräuter. Das ist... Haben die hier eine eigene Währung? Wenn ich das mal so anschaue. Goano? Dein Typ wird verlangt. Gut. Was haben wir da jetzt drin? Beinlegehalter und Gold. Okay. Hier lohnt sich das Plündern ja auf einmal wieder. Wunderbar. Hier hätten wir noch eine Truhe. Ich denke, die Mütze können wir dann auch gegen irgendwas eintauschen später. Der Vase ist noch was drin. Okay, das ist aber... Okay, die müssen wir dann nicht angehen. Deine Buffs gehen gerade wieder weg. So, was haben wir denn hier? Ein paar Pflanzen. Ja. Ja. War ihr ja. So. Guck, du hast wieder was... wegschneipern kannst. Naja. Fast erledigen. Mal hier mal die etwas heftigeren Angriffe auspacken. Was? Du konntest dem Ding jetzt einfach den Rest geben. Ja, sehr gut. Ach so. Oh, Nachschub. Dann... Teilt euch mal auf. Du kriegst den Sternenstaub ab. Du haust hier drauf. Den kann Philassion dann erledigen. Wir hauen mal da hin. Scheint leider nicht so effektiv zu sein. Du hast zumindest getroffen. Nein. So, einmal nachsetzen. Und du kannst hier ein wenig, äh, unterstützen. Das war etwas besser. Das scheint das letzte von diesen Biestern gewesen zu sein. Wir sollten zurück zur Orima-Priesterin. Mhm. Dann wären die Viecher platt. Haben wir denn noch... Ein paar Kisten zum Mitnehmen? Sieht nicht so aus. Okay. Wie gesagt, das Looten spare ich mir. Das da hinten auch. Das lohnt sich auch nicht. Kisten würde ich mitnehmen. Da ist was Schönes drin. Verstehen Sie nun, welche Macht Sie besitzen? Ihre Ankunft hat die dunklen Mächte in Unruhe gebracht. Das fahle Herz schlägt ersten Males schneller als es darf. Nur deren Macht vermag es zu brechen. Schön gut. Nur, wie hilft uns das weiter? Der Garten ist immer noch weg, obwohl wir diese dunkle Wesen vertrieben haben. Nur, weil der erste Schritt getan ist, kann der zweite nicht ausbleiben. Es gilt, das Verdorrte mit neuer Kraft zu füllen. Allein der Hüter des Wissens kann jetzt noch helfen. Er wacht über die Saat Nurtis. So, und wo finde ich diesen Hüter? Dort, wo sie ihren Anfang nahmen. Durch das erste lebendige Portal. Dann versuchen wir dort unser Glück. Okay, das wird da unten dann irgendwo sein. Das haben wir. Mittlerweile dürfen wir dann ja auch mal raus. Wie gesagt, die Vase lasse ich. Das ist nicht so sonderlich sinnvoll. Beziehungsweise sonderlich reizvoll. Da geht's ein wenig nach unten. Wer seid ihr denn, Palastwaren? Hallöchen. Händler. Händler, das trifft sich gut. Bitte zeigt mir eure Waren. Jagdpfeile, Bolzen, ist in Ordnung. Du hättest halt entsprechende Handschuhe. Was können die eigentlich? Oh, Attacke plus zwei. Du hast Verbände. Wir haben aber, glaube ich, noch ein bisschen was. Haben wir irgendjemanden ohne... Du hast... Du hast... Ja, Charisma ist bei dir ganz sinnvoll. Das ist natürlich auch hier Handschuhe. Du hast keine Handschuhe. Ich glaube, dann kriegst du ein paar neue Handschuhe. Generell hast du relativ wenig Rüstung, aber du hast ja deinen Armatruz. Wir werden gleich vorher mit ihm reden sollen, sehe ich gerade. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? So, die Handschuhe sind wo abgeblieben? Da. Sehr cool. Und hier können wir tatsächlich auch notfalls zurück und die Charaktere wechseln. Gut zu wissen. Ja dann, auf zur Palastwache. Fremde haben keinen Zutritt zu den Hallen des Wissens. Tretet zur Seite wach. Wir handeln im Auftrag der Orima-Priesterin. Das ändert gar nichts. Auch der Orima-Priesterin ist der Zugang zu diesem Ort untersagt. Erklärt mir nur eines. Auf wessen Seite steht ihr? Auf Tishianas Seite. Wir sind aus den sumurischen Landen hierher gekommen, um uns Tishiana im Kampf gegen die Horden des Namenlosen anzuschließen. Das ehrt euch. Dennoch fürchte ich, dass dies nicht ausreicht, um Zugang zu den Hallen des Wissens zu erlangen. Nur wer der Ehrengarde des Palastes angehört, genießt dieses Privileg. Dies würde euch die ehrwürdige Aman-Shan nie gewähren. Die ehrwürdige Aman-Shan? Wer ist sie und wo finde ich sie? Aman-Shan Nirtana ist zurzeit die einzige im Palast, die neben Aman-Tir-Tarkat neue Aspiranten in die Ehrengarde der Palastwache aufzunehmen vermag. Ihr findet sie nahe des Eingangs zum Thronsaal. Es muss auch einen Weg geben, der Ehrengarde beizutreten. Dazu müsstet ihr mit der ehrwürdigen Aman-Shan sprechen. Glaubt jedoch nicht, dass ihre Antwort euch gefallen wird. Na, wir sprechen uns wieder, wenn ich der Ehrengarde angehöre. Na dann. So. Dann gucken wir mal. Haben wir einen Questmarker? Ja, haben wir. Lass uns mal darüber laufen. Ich glaube, da war gerade mein, äh... Overlay über dem Questmarker drüber. Mit dir können wir reden. Kür mit euch, Fremde. Ich bin die Aman-Shan der Ehrengarde. Falls ihr ein Anliegen für unseren edlen Hochkönig Venvarien habt, so muss ich euch enttäuschen. Er weilt zur Stunde nicht im Palast. Verzeiht, es geht nicht um eine Audios beim Hochkönig, sondern um beim Hüter des Wissens. Wir wollen der Uriyama-Priesterin helfen, den Nurti-Schrein wiederzubeleben. Ich muss euch enttäuschen. Auf Befehl des Obersten dürfen nur noch Ehrengardisten der Palastwache die Hallen des Wissens betreten. Es ist ein heiliger Ort. Und gewöhnliche Hilfstruppen werden dort nicht geduldet. Wir mögen gewöhnliche Hilfstruppen sein. Die Zeiten jedoch sind alles andere als gewöhnlich. Seit Jahrzehnten wird eure Stadt nun belagert. Der Feind gewinnt zusehends an Boden. Ist es wirklich noch an der Zeit, euren Stolz unserer Hilfe vorzuziehen? Frevler! Mein Volk mag in Bedrängnis sein, und die Pracht unseres gleißenden Tishianas scheint gleich der Gunst Pyrs zu verblassen. Doch soll dies niemanden zu dem Irrtum verleiten, wir könnten nicht alleine bestehen. Niedere Völker in unseren Rängen würden uns nur schwächen. Und dennoch, ihr sollt Gelegenheit bekommen, herauszufinden, wie gewaltig das Ausmaß eurer Unterlegenheit ist. Solltet ihr noch den Mut dazu verspüren, werdet ihr euch den Prüfungen des Blutes und der Prüfung des Geistes stellen müssen? Ich fürchte eure Prüfung nicht, und ich werde mich ohne Ausnahme stellen. Große Worte. Bleibt abzuwarten, ob ihnen auch Taten folgen. Beginnen wir mit den Prüfungen des Blutes. Die erste Prüfung könnte bereits euren Tod bedeuten. Seid ihr noch immer bereit dazu? Ja, lasst uns sofort beginnen. So sei es denn. Folgt mir. Hier, am großen Portal der Rose, soll das Kampfgeschick über euer Schicksal entscheiden. Nach und nach werden meine besten Krieger und, solltet ihr so lange überstehen, schließlich auch ich selbst gegen euch antreten. Bahia. Es fängt an. Kämpft! Ja, okay. Dann schauen wir mal. Ja? Komm, gib du beziehungsweise mal einen Amatruz noch. Amatruz! Fingerfertigkeit. Ähm. Jetzt legt ihr los? Okay. Gut. So, du kannst nochmal einen Sternstaub draufhauen. Du haust da mit drauf. Okay, Nummer eins liegt schon mal. Ihr habt gesiegt. Vielleicht seid ihr doch nicht so schwach. Wir werden sehen, wie lange eure Stärke währt. Bahia! Ja? Dann kannst du mal ein Falkenauge noch raushauen. Falkenauge. Ja? Und buff mal noch den Kualo, bitte. So, dann haben wir jetzt... ...nochmal zwei Palastwaren. Oder wen's mehr? Ja. Okay. Vielleicht haben die irgendwie andere Fähigkeiten oder so. Attributo! Zusammenhalten! Ja. So. Ja, du gehst da mal noch mit hin. Und du... ... kannst dich ein wenig unterstützen. Achtung! Alles klar. Runde zwei. Spaß dahin, wie's scheint. Eure Entschlossenheit ist vermerkenswert, Sumora. Doch noch ist diese Früche nicht vorbei. Bahia! Okay, geht direkt weiter, wie's scheint. Hier müssen wir allerdings mal kurz die Wunde wegkriegen. Dass du wieder anständig kämpfen kannst. Okay, jetzt haben wir vier Stück. Okay, langsam wird's dann doch ein bisschen... ...heftiger. Ach, und diesmal hast du dich auch nicht großartig geheilt, wie es scheint. Sehr schön. Ja. Führ den Kaiser! Ja. Hm. Eola. Äh. Ist jetzt der armen Fähres hinterher. Okay. Hm. Hm, 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 hm. Das heißt... Ja gut, ihr geht auf den zusammen. Ist vielleicht nicht verkehrt. Dann könnt ihr nachher den erledigen. Dann darf Fähres mal ne Runde rennen. Kriegt jetzt ja schon so ein bisschen was ab. Du kannst wieder Sternstaub zaubern. Das ist schön. Jetzt sollten wir danach dann so ein bisschen mit dem Letzten halt so ein bisschen haushalten. So, zwei habt ihr dann. Ich eile. Du könntest dich mal heilen. Den hast du dann leider schon zerlegt vorher. So, nochmal ein paar. Aber jetzt haben wir da ein bisschen was gesammelt. Wisst ihr was? Ihr zwei macht jetzt mal den möglichst schnell platt. Du kannst hier nochmal unterstützen. Und du vielleicht eben so. Gucken, was Filias dann vor hat. Aber das ist dann wahrscheinlich der Rest. Okay. So. Oder gut sieben wäre dann glaube ich ein bisschen heftig. Mal schauen. Ihr habt es nicht so viel Schaden macht, wie ich gerne gehabt hätte. Aber dann haut mal weiter drauf, wenn der am Boden liegt. So, der ist schon mal platt. Komm schon. Jawohl. So, dann könnt ihr mich jetzt ein bisschen... Hast du den echt zerlegt mit einem Schuss? Cool. Ein bisschen hier mithelfen. Du haushaltest noch ein bisschen, bitte. Jetzt habt ihr halt keine Ausdauer mehr. Ja. Hm, Cuano wird ein bisschen angeschlagen. Das heißt, den... Heilst du mal kurz? Hier, bitte normal drauf angreifen. Okay, dann schauen wir mal. Filias dann halt jetzt auch gerade erst mal kein Dings mehr. Hm. Mit dem etwas kleineren Angriff drauf. Oha, ja, okay. Die sollten wir schnell rauspacken. Das ist eine Magie. Ja. Ja. Ja? Hol'n, Nick. Stimmt. So, gut. Faires kriegt schon mal was ab. Habt ihr schon irgendwas umgehauen da? Sieht nicht so aus. Allerdings fangen wir auch gerade erst an. Trotzdem solltest... Geh du mal hier ein bisschen unterstützen. So, schön auf die Palastwache hier drauf. Du kannst danach... Warte mal. Ein bisschen anstinken. Okay. Damit wäre der Magier ausgeschaltet. So lobe ich mir das. Okay. Je weniger Magier, desto besser. Hm. Hier etwas. Obwohl, ne, den hast du ja. Ja, komm dann. Nimm dir ruhig den mal vor. Du kannst mal gucken, ob du hier ein bisschen platzschießen kannst. Das sieht doch schon mal gut aus. Rück. Da liegt sie. Was? Wissen was an Schaden haben sie ja genommen. Hier wäre es vielleicht noch ganz gut, ein bisschen Unterstützung zu haben. Du haust ebenfalls bitte mit drauf. Wir könnten hier mal ein bisschen angreifen. Okay, das haben wir auch gleich. Ja, dann gewährt mir die Hand. Geht ihr die Ehre und lebt mich in eure Gemeinschaft aus. Auf. Kampfgeschick ist nur eine der Tugenden, die ein Krieger der Ehrengarde besitzen muss. Treue ist die nächste, die es unter Beweis zu stellen gilt. Doch bevor ihr euren ersten Schwur ablegt, solltet ihr euch mit meinen Amman Kai beraten, an welche Elementarkraft ihr euren Eid zu binden gedenkt. Hm. Ihr sprach von einem ersten Schwur. Gibt es denn mehr als einen? Das Band zwischen Hochkönig und Ehrengarde entsteht durch das Bekenntnis im Blute und im Geiste. Diese werden in Form eines Schwures besiegelt. Jedes der beiden Gelöbnisse geschieht im Zeichen einer der sechs elementaren Kräfte. Ihr werdet am ehesten begreifen, wenn ihr mit den Amman Kai sprecht. Und mehr über das hochelfische Wesen und die Natur eurer bevorstehenden Entscheidung erfahrt. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr bereit seid, den Schwur des Blutes zu leisten. Jeder Eid steht im Zeichen eines der Elemente. Demnach kann man den Eid auf unterschiedliche Weise ablegen. So ist es. Die genaue Natur des Eis hängt von der elementaren Kraft ab, die ein Krieger mit seinem Schwur verbindet. Wäret ihr ein Kind Tishianas, könntet ihr diese Wahl ohne Zögern treffen. Doch Fremden wie euch wird es an jener Art der Eingebung mangeln. Ihr werdet sicher klarer sehen, wenn ihr mit meinen drei Amman Kai gesprochen habt. Hauptsache, dass ihr euer Wissen mit mir teilt. Ich werde nun mit euren Amman Kai sprechen. Nicht ganz jetzt, in der nächsten Folge. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Und bis dahin, macht's gut und ciao.